Hallo, mein Name ist Michael Bergmann. Ich möchte Ihnen gerne heute erklären, wie man dafür Sorge tragen kann im Winter, dass in der Wohnung Frostschutz gewährleistet ist. Manchmal kommt es ja vor, dass man verreist im Winter und die Wohnung muss ja weiterhin geheizt werden, damit sie nicht einfriert. Und ich erkläre Ihnen ganz kurz in diesem Video, wie man das gewährleisten kann. Wir sind jetzt hier an dem Raumtemperaturregler. Den habe ich jetzt hier auf 10 Grad Celsius eingestellt. Vorsichtshalber nochmal hier die Nachtabsenkung, auch auf 10 Grad eingestellt. Dann ist ganz wichtig, dass der Heizkörper in dem Raum, wo der Raumtemperaturregler ist, natürlich immer voll auf ist, damit die Wärme hier in den Raum rein kann und der Raumregler dann auch das fühlen kann, dass die Temperatur entweder unterschritten ist oder erreicht wurde. Und alle anderen Heizkörper, die kann man eigentlich so aufgedreht lassen. Hier in dem Fall zum Beispiel, das ist jetzt exemplarisch, hier kommt die Leitung aus dem Fußboden und ich gehe mal davon aus, dass diese Leitung hier irgendwie miteinander verbunden ist. Und hier haben wir eine Balkontür. Und wenn man hier die Heizung ausstellt, dann kann es sein, dass die kalte Luft hier einströmt und hier die Leitung, die im Fußboden ist, zum Einfrieren bringt. Genauso hier hinten habe ich auch nochmal, da kann man es noch besser sehen. Ein Beispiel. Hier, da ist die Leitung, die geht hier unter der Tür von dem Balkon hier unten lang. Wenn das so wie es hier war, das war abgesperrt hier auf Frostschutz, dann kann das Heizungswasser hier nicht durchlaufen. Und irgendwann passiert es halt, also ich spreche aus Erfahrung. Ich spreche da aus Erfahrung, weil ich musste selber schon Leitungen auftauen, weil die da unten eingefroren waren. Also ich würde immer empfehlen, Heizkörper offen lassen. Und so, dass die Heizung auch immer an ist. Wir gehen mal jetzt hier in den Raum, wo die Therme hängt. Und zwar hier an der Therme immer eingeschaltet lassen. Ich habe das jetzt hier auf Stufe 3 gestellt. Und so geht es halt ab und zu an. Die Heizung wälzt das Wasser hier komplett im System um. Und es kann nicht dazu führen, dass es einfriert. Ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erklären. Also wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Sie können es gerne natürlich weiter teilen. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erklären. Oh, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu meinem Spiel. Vielen Dank.